Aufgabe u² plus u ist gleich? Fragezeichen vereinfachen. Das ist eine gemeine Aufgabe, denn es lässt sich ja nichts vereinfachen. Da ist Ende. Es gilt die Regel u² mal u, das wäre u² mal u hoch 1, ist u hoch 2 plus 1 ist u hoch 3. Aber bei plus kann ich nichts machen. Ein Quadratmeter und ein Meter sind völlig verschiedene Sachen. Ein Quadratmeter ist eine Fläche und ein Meter ist eine Länge. Ich kann da nichts rechnen. Das bleibt nebeneinander stehen. Ich habe ein Quadratmeter und dann liegt noch ein Meter daneben und Ende.